blödes fiech jetzt habe ich jetzt kann mir erst mal nichts mehr passieren haus haben wir da um eine nikolaus figur diese war einzigartig oder wir haben noch gar nichts denn es gibt es auch immer im ganzen sprühen da unten sie genau lieber das war ja und habe und nachgmets steht jetzt das auto mit dem blöden wackel pudding da noch mal ein unverwundbarkeit stinger da brauche ja sonst können wir eine reihe wie durch die reich im mensch jetzt heute mit der maring bis der den schwung verliert das dauert immer gibt es so was man kaum ich will das leben da unten haben also das hat aber dauert bin ich ja unverwundbar bin und exit so wenn mich nicht alles täuscht auch in dieser level jede menge punkte zu holen also fruity man den machen erst einmal kaputt wenn in der bischof ist blödes nein das ich dachte da wir so eine sautumerei ich bin nicht drauf gut sei dank doch an keine stacheln und für 10.000 punkte sowas das machen wir ein kleid kaputt das noch einer vorsicht das gift nicht erwischen oh man das wollte ich doch ja nicht blöder vogel so so den fruity man kaputt machen so was haben wir hier noch nicht erwischt nicht erwischt scheiße hm hm da haben wir wenigstens noch einen Anhaltspunkt da den fruity man machen wir auch kaputt ein sternchen so domani geht es an und da oder ja was lauert da ja mein gott pick karo herz und kreuz jetzt nicht der rede wird scheißdreck ist eine krone und ein unverbundbarkeitsdings da so mögen wir das auf einem haufer von den jungen und da ist noch einer kaputt das wort um faden rolle und der nikolaus mütze herr nikolaus mütze werden die bringe schauen wir mal 1000 besser mit 1000 schießen lehrme wasen ums um 1 mm zu fix her gibt es denn sowas geschenk wenn mich nicht alles täuscht gibt es da drüben leben ja wohl das dumme ist nur wie komme ich jetzt wieder rüber das war ja so klar na gut dass ich hier den anhaltspunkt habe immerhin ein leberl hat es mir gebraucht ich habe zwei ex damit oder ich glaube schon und selbst wenn punkte haben sagt wenn auch nicht wenig herrschaft seiten gut sind alle ja der ist denn sowas geben jetzt kommt endlich rüber da jetzt kommt natürlich der wieder daher ich krieg die krise ich will doch nur darüber springen gerade ist jetzt vielleicht einmal drin das darf es nicht geben jetzt kommt der wieder jetzt meine jetzt wird es dann hinterher wir fahren warum geht denn das nicht warum geht denn das nicht na endlich ja kurze fix darfst denn sowas geben ich glaube ich krieg ein arm voll der vogel wieder oh da sind ein paar punkte auch schön ein leberl das ja mal jawohl jetzt schaue wieder gut aus jetzt muss ich bloß wieder warten bis der debb seinen schwung verliert jetzt schaue wieder mal du heini du du ja eh schon gar nix mehr verliert dein schwung endlich ja wie war es denn na endlich ich glaube das war es ja wohl damit hätte man die bonus level abgeschlossen er fällt wieder raus aus dem komischen ding und landet im prinzip genau da wo man als nächste müssen nämlich in die zirkus level ja jetzt wird es euch schon wieder fragen wieso denn zirkus level da ist doch ein schneemann und nikolaus drauf ja kann man eigentlich mal dass dies die weihnachts level ist ne ist sie aber nicht weil da drin geht es hauptsächlich im zirkus und das theml im nächsten video dock